Mir ganz nachtelige, nach der berüchtigten, legendären Welt aus, die als verschollen galt. Anscheinend gibt es hier noch weitere versteckte Powerstellen. Also dann, begeben wir uns auf die Suche, Steuermann. Om nom 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 nom. Ja, dann werde ich mir jetzt erstmal Mario holen. Weil, diese Mission mit Luigi, der so rutscht, jetzt kann ich es doch mal sagen, rutscht, ist diese Mission überhaupt nicht gut. See you later. Mario. Wiebe. Oh man, da kann ich so weit springen. Wiebe, wiebe. Das kann ich aufmachen, das kann ich aufmachen, nur das noch nicht. Und dafür fehlen zwei Sterne, die ich hoffentlich heute noch filmen, äh, bekommen werde. Glitzekleines Klempnerproblem. Pixel Mario Galaxy. Und ich hasse diese Galaxie, weil sie einfach nur nervig ist und die Kometenmünze auf meinem linken Fuß ist. Ich weiß es noch ganz genau. Dort ist sie, dort, dort, dort. Was hab ich mit meinem Scheiß dort? Mit dem, 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 dem. Wow, tolle Information. Die Kometenmünze taucht da auf, wo ich anfange. Also sollte ich nicht. Ihr solltet weit genug springen. Wut. Ähm, das ist die Kometenmünze. Nee, ich bin falsch gekommen, ohne Scheiß. Ein Stück dran. Nee, ich wollte dich doch löschen. Komm her. Ich bin nicht um. Nee, was mach ich für ein Scheiß. Nee, ich hab wieder vergessen, dass ich in der Aufnahme bin. Das vergesse ich irgendwie so. Den Let's Player. Was bin ich für einer? Nein, 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 nein. Mega Laser-Dingsi. Nein. Der abgesprachte Schrei von Chainsaw Man. Umso groß. Nein. Ah, dieses Junge ist scheiß. Er hat kein M mehr auf der Kappe und jetzt muss er kotzen, weil er so grün ist. Nein. Wir, nein. 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 Der. Fällt mir gerade auf, ich hab heute gar kein Leben gesammelt von der Aufnahme. Naja, hätte ich ja sowieso nicht machen können, weil ich einen Brief bekommen habe von Luigi und den wollte ich euch unbedingt zeigen. Weil Luigi ja so schön Briefe schreibt. Stirb dran. Stirb dran. Stirb dran. Jetzt springe ich da rüber. Jetzt springe ich da rüber. Jetzt springe ich da rüber. Da rüber. Ich springe da rüber. Da rüber. Wo bin ich jetzt das riesige Feld? Das riesige Feld? Da rüber. Da rüber. Was? Da rüber. Da rüber. Da rüber. Ich glaube Mario gleich wieder das M. Da rüber. Dann bist du tot. Bei meinem M klaut niemand. Ich bin Mario. Mario. Ich bin Mario. Oh. Ich sterb dran. Ja. Ich kann mir jetzt das End Oh, dieses scheiß Maschinen-Dingste Wegen dir hab ich drei Tasten wieder unkaufbar gemacht Stirbt dran Stirbt doch Willst du etwa einen Abgrund springen? Stand by mode Stand by mode Ich weiß, dass ihr es nicht seht Aber mir ist es nicht ganz so egal Weil dann irgendwas an der Aufnahme passieren könnte vielleicht Und hier wüsste ich, da ist nicht mehr zu viel von meinen Aufnahmen Ja, super Tolligkeit Ja, ja Ja, jetzt kann ich mich voll und ganz auf Welt S konzentrieren Nicht so wie der Weehawk Der immer noch ganz viel anderes Zeug machen kann Im Gegensatz zu mir Warten mal, ist überhaupt Game Sound? Ja, nicht wirklich laut Also Keine Ahnung Ja, also kann ich mich komplett auf Welt S konzentrieren Und es taucht natürlich gleich der Komet auf Und dieser Komet, der ist so grausam Der Komet ist so grausam Ich kann eigentlich schon alles gleich in Welt S machen Alles, wirklich alles Wenn ich noch einen Stern kriege, dann kann ich das öffnen 2000 Sternteile habe ich Ja Und der Komet, der ist so grausam Und wir fliegen diesmal nicht auf die Seite, wo Mario drauf ist Wir fliegen auf die andere Seite, wo Luigi drauf ist Und ihr wollt nicht wissen, was da ist Das Lila Münzen und Luigi Mosaik Ja Lila Münzen exakt 100 Und wisst ihr, was uns noch auf, was noch auf uns zukommt Das war doch eigentlich klar Es sind 100 Lila Münzen Exakt 100 Lila Münzen Wir brauchen alle Wir sind auf Zeit gestellt Und Es kommen Schatten, Marios Ist das nicht nett? Das ist so nett Dieses Spiel ist so nett zu uns Das können wir doch Also So nett kann man doch gar nicht zu jemandem sein, zu einem Mann Stimmt Und das Blöde hieran ist Es gibt keine Münzen Ähm Keine Münzen Zum Heilen Nein, ich stirb nicht an euch Okay Das ist L Ich glaube Luigi gleich das L von der Münze Stirb dran Das ist L-Köp Ich bin das L-Klaut Geklaut Näh, das wollte er Loll Scheiß Mission Aber es ist zu schaffen Ich weiß, dass es zu schaffen ist Weil der Weehawke ist auch geschafft Der Weehawke ist ein bisschen NääääÄÄF S sed Ach nee, jetzt sei doch endlich mal still, der Typ, den ich kenne und dir nicht. Sehr total nervt. Max ist das nicht, kann ich euch widersagen. Ah, ich habe es schon zweimal gesorgt. Was macht es nicht, das? Nee, was habe ich für einen Scheiß gemacht? War egal. Ich laufe jetzt einfach. Wow, sieh ich mich Hilfe des Steuerkreises. Alter, kann der mal aufmachen? Telefon nervt. Telefon, ich bin's, dein Handy. Aufmerksamkeit. Na, na, na. 40 Münzen in weniger als einer Minute. Wo muss ich jetzt überhaupt landen? Ich will jetzt erstmal wissen, wo ich überhaupt landen muss. Das Telefon hat mich zu Tode genervt. Oh, Nerv. Ah, ich habe einen Schatten Mario. Ich stirbe gerade. Der ist gegen mich gelaufen und gestorben. Mario hatte halt auch eine Metallplatte in jedem von seinen Körperteilen und diese beschissenen Schatten Marios wollen mich tot nerven. Nee, das wird nix. Ich habe einen Schatten Mario gehört, nicht nur einmal. Und jetzt kann ich das nicht mehr schaffen, weil wenn ich einmal noch so einen bekackten Schatten Mario gehöre, sterbe ich. Und das schaffe ich auf keinen Fall, weil ich jetzt schon fast wieder in einen reingelaufen wäre. Schatten Marios einfach zu scheiße sind. Schatten Marios einfach zu lassen. Ja, hi, hi. Mama, was streamlined und so viel zu geben ist. Ah dieukamen Kalle. Kalle abgespackt, rede! Dann bin ich sicher des Roupes auf keinen Falle in einem der Verketsch positioniert. Wo, 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 wo? Mann! Und wenn ihr sagen wollt, dass ich diese Galaxie einfach mal lassen soll... Nein, ich werde sie nicht lassen. Ich werde jetzt diese Galaxie so lange machen, bis ich sie geschafft habe. Denn ich will sie nicht. Und diese werden jetzt so viel hast. Und das ist für viele Galaxien. Ich denke mal, ich räume zuerst den unteren Sektor ab. Oh ne, es wird nix. Nö, es wird nix. Ne, es wird erst recht nix. Weil ich die Platte wie bei ihr gemacht habe. Stirb Mario. Aua, aua, aua. Ne, versinken. Wartet mal. Ach, noch sie drei Minuten, diese Scheiße. Warum zum Teufel müssen die hier noch drecksische Schatten Marios reinpacken? Nintendo. Was habt ihr gefressen? Bei dem Spiel. Beim Tiergainfall im Spiel. Ja, rennt erst mal zehn Kilometer. Macht eine zehn Kilometer lange Schlange, ihr Schatten Mario-Fächer. Ich muss erst mal den Kopf leer. Ach man, Mario. Ich will nicht diesen Drecksschwung machen. Einfach nur. Umdrehen und nicht diesen Drecksschwung machen. Eigentlich ist es bei Mario nicht schwer, den Kopf leer zu machen, wenn ich ja nix. Wehe. Wehe. Oh ne. Was hat er erzählt? Okay, das sieht gut aus. Ob das wirklich in meine Zeit passt, weiß ich nicht. Also muss ich dann vielleicht was rausschneiden und dann den Speed abmachen. Ich muss auch wirklich alle Münzen kriegen. Nein. Tschüss. Ich stepp dran mal. Game over. Ja, genau. Ja, und mit diesem Game over werde ich auch... Nee. Du hast ganz schön was mitgemacht. Oder irre ich mich? Kann dir ruhig mal eine Auszeit steuern. Nerv. Ja, mit dieser scheiß Mission werden wir morgen weitermachen, weil die Mission so scheiße ist und den Brief werde ich jetzt gar nicht annehmen, weil der bestimmt noch bescheuerter und perverser sein wird. Also werde ich die Folge jetzt erstmal für heute beenden. Tschüss. Bis morgen. Tschüss.